Heutiger Programmpunkt der Reisebesichtigung der wunderschönen Stadt Urbino im Hintergrund. Eine Gruppe ist heute Morgen schon ohne Räder hier nach Urbino gekommen mit dem Bus vom Hotel Marinella, hat sich die Stadt angeschaut. Die Räder werden jetzt geliefert vom Hotel. Eine zweite Gruppe, die etwas sportlich ambitionierter ist, hat den Weg schon mit den Rädern hierhin gewagt und hat sich ebenfalls in der Zwischenzeit die Stadt angeschaut. Wir werden jetzt geschlossen wieder zurückfahren von Urbino nach Gabizio Mare, haben uns gestärkt und sind gut gelaunt für die Rückfahrt. Es war ein schöner Tag, das Wetter spielt mit, hat sehr viel Spaß gemacht bisher. Vielen Dank!